Sie möchten Ihr Auto abmelden? Dank eKfz geht das schnell und einfach direkt online. Dafür muss Ihr Fahrzeug nach dem 1. Januar 2015 zugelassen worden und aktuell im Kreis Mettmann angemeldet sein. Sie benötigen nur zwei Dinge für die Abmeldung, den Fahrzeugschein und die beiden Nummernschilder jeweils mit Sicherheitscodes. Geben Sie einfach die Adresse www.kreis-mettmann.de slash i-kfz ein und öffnen unter Online-Services das eKfz-Portal des Kreises Mettmann. Für die Abmeldung müssen Sie sich nicht registrieren. Klicken Sie einfach auf Jetzt starten. Stimmen Sie der Datenschutzvereinbarung zu, geben Ihre persönlichen Daten ein und starten im Anschluss den Abmeldeprozess. Geben Sie nun das Kennzeichen und die Fahrzeugidentifizierungsnummer ein. Beides finden Sie auf der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Wählen Sie jetzt aus, was mit dem Fahrzeug nach der Abmeldung geschehen soll. Außerdem können Sie das Kennzeichen für später reservieren. Geben Sie jetzt den Sicherheitscode ein. Diesen finden Sie auf der Rückseite der Zulassungsbescheinigung Teil 1. Legen Sie den Code, je nach Variante, entweder durch Abziehen der Folie oder durch vorsichtiges Abhobeln frei. Nun benötigen Sie noch die Sicherheitscodes beider Kennzeichen. Diese finden Sie unter den Siegelplaketten. Die Schutzfolie am Rand lösen, dann komplett abziehen und, falls noch nötig, den Sicherheitscode unter dem Landeswappen freiwobeln. Fast geschafft! Werfen Sie noch einen Blick auf die Zusammenfassung zur Kontrolle und speichern Ihren Antrag anschließend ab. Im Anschluss werden Sie zum Bezahlvorgang weitergeleitet, wo Sie mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen können. Zum Schluss erhalten Sie den Bescheid über die Abmeldung und können diesen herunterladen. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise. Geschafft! Und das ganz bequem per eKfz von zu Hause aus.